Ich arbeite als Hospiz-Clown. Eines Tages werde ich es in die Möwe schaffen, Püppi. Sicher. Ich brauche 80 Follower. Oder 120. Püppi, ich habe einen Mann im Kopf. Ist das einer deiner Scherze? Nein, er nennt sich der Don. Er benutzt mich wie eine misantropische Voodoo-Puppe. Was hast du mit mir gemacht? Wir haben doch gerade erst angefangen.